Es war eine Labalie, die mich in Afrika vor das Kriegsgericht brachte. Wenn sie gewusst hätten, was ich wirklich getan hätte, wäre ich standrechtlich erschossen worden. Aber so kam ich vor das Kriegsgericht und wurde verurteilt zur Strafkompanie in Afrika. Das ist eine schreckliche Sache, weil man total isoliert ist und weil man oft vor dem Panzer hergeschickt wurde, sozusagen als Kanonenfang. In der Nähe des Halfaya-Bassers, in der Nähe von Dobruk. Ich bin dann schwer verwundert worden, nach sechs Wochen in der Strafkompanie. War zwei Tage bewusstlos und kam dann nach Athen. Da musste das Auge heraus operiert werden, die eine Gesichtshälfte Islam gelegt durch diese Verwundung. Ich war nicht mehr kriegsverwendungsfähig und wurde dann zum Funker umgeschult. Das war natürlich in allem Unglück das Beste, was mir passieren konnte. Denn die Funker hatten nicht nur die privilegierte Stellung, die waren auch in der Lage, aufgrund ihrer Tätigkeit am Funkgerät abzuhören, was BBC oder der Sender Freies Deutschland gebracht hat. Jeder Funker hat das gemacht, egal ob er Nazi war oder Antifaschist. Jeder hat, wenn er gesucht hat, seine Gegenstelle, mit der er per Befehl Verbindung aufzunehmen hatte, stieß er auf ihn einen anderen Sender. Das hat man abgehört. Aber nicht nur das. Ein geschickter Funker konnte sich auch mit einer anderen Funkstelle, wo eine Genossin saß, in Verbindung setzen. Mein großer Vorteil war, dass ich das höchste Tempo gab und nahm, als ich umgeschult wurde, nämlich 140 Zeichen in der Minute. Das war der Polizeifunk. Das höchste, was in der Wehrmacht üblich war, waren 120 Zeichen in der Minute geben und nehmen. Da ich 140 gab, war ich für die Generale interessant. Die wussten, der Polizeifunk wird nicht abgehört von der Gestapo und von der SS. Die Generale, die mit Hitler nicht einverstanden waren, hatten aber auch das Bedürfnis, untereinander in Verkehr zu treten, der Funk. Dazu brauchte man Leute, die 140 gegeben haben. Und ein solcher war ich. Insofern kam ich also sehr schnell in höchste Stellen, hatte ich also Kontakt zu Generälen, die alles andere als Antifaschisten waren, aber sie waren Gegner von Hitler aus vielen Gründen. Als Funker konnte ich dann natürlich viel mehr illegal leisten, wie das vorher der Fall gewesen ist. Und das ging ja dann bis zum Ende des Krieges so weiter.